Was könnte los? Direkt ein Teil von mir weggefetzt. Ah, Speichername für das Ding ist glaube ich Claymore, oder? Wenn ich mir das so angucke. Hast du den vorne und links gerade gesehen, der noch stand? Ah, jetzt kommt die Trommel auch der Hit bei den anderen an. Das könnte reichen. Ich glaube, den Rest wärst du einfach glatt. Und normale Geschwindigkeit. Das ist ein erwischt. Ah ne, der ist umgekippt. Ich falle über die Steine. Welche Steine? Wir sind da keine Steine. Okay, weil wir ist alles voll mit Trümmern. Na dann weiter. Na dann weiter. Ja. Ja. Ja.